hallo ihr lieben ich wollte euch mal unser oster und frühlingsschaufenster zeigen wir haben ja umgeräumt und wir haben ganz viele schöne neue sachen bekommen und dann nehme ich euch mal mit wir haben pre cuts bekommen das ist unter anderem diese layer cakes also diese pre cuts diese vorgeschnittenen sachen und das sind von violet hill sind einmal die layer cakes die sind zehn inch oder 25 x 25 cm groß die haben wir einmal dabei dann haben wir ja da drüben vorgeschnitten nehmen wir mal mit ins schaufenster so als von violett hill gibt es nämlich auch noch ein panier das ist 60 x 110 und das sind immer so kleine quadrate drauf da kann man jetzt viele schöne sachen machen tischläufer tisch sets oder kleine körbchen wo man die eben vorne drauf tut das ganze haben wir dann noch grün grundig das sind die gleichen blümchen nur eben mit grünem hintergrund gesagt 60 breit 110 lang und dann von violett hill gibt es eben diese stoffe hier haben wir einmal die garten motive dazu gibt es dann einfarbige dazu gibt blumen streifen noch mehr blumen bisschen blumen mit sogar schmetterling drauf das wären die grünen dann gibt es aus dieser serie noch cremefarbenen das gleiche eben wieder blumen mit dem süßen schmetterling dann streifen meliert also marmoriert ein bisschen nicht ganz einfarbig dann auch wieder schöne blumen für den frühling und das ganze noch in einem so schönen bäreton und violett hill hat auch wer nicht violett wenn es nicht auch was violettes dabei wäre also da haben wir auch die garten motive mit dem schub kann und der gießkanne und den schönen blumen hier wieder auch mit schmetterlingen und dann der marmorierte und dann ist noch einer mit so kleinen ästchen und blättern genau das ist einmal die serie violett hill die ist dabei dazu gibt es auch noch charmpacks also diese quadrate die ich euch gerade eben gezeigt habe gibt es dann auch noch im kleinen format fünf inch oder 12,75 x 12,75 cm groß das sind die charmpacks das sind die kleineren die haben auch noch von dieser serie also da könnt ihr gut was mit anfangen dann haben wir was ganz zartes bekommen das ist little ducklings und little ducklings das ist eine serie wo viele kleine so ungerade eier sag ich also sie sind nicht ganz eierförmig aber sie sind sehr sehr schön dazu gibt es bei den gelben auch noch pusteblumen und aus der serie habe ich noch die schönen blumen mit dazu gestellt was sehr zartes für den frühling sehr elegant auch das gleiche gibt es noch in blau da haben wir auch noch in hellblau diese eier muss schöne osterkörbchen frühstücks körbchen schön nähen könnte oder man tischläufer für den frühling da ist dann auch noch der blaue mit dabei und das ganze haben wir auch für die unfarbigen auch in grau in so einem schönen ton und also diese blumen sind sehr sehr schön wie gesagt da könnt ihr für den frühling schöne zarte sachen nähen ist auch ein charmpack im shop also von der serie haben wir die meterware oder eben charmpack ist auch mit im shop was habe ich noch für euch da oben habe ich noch einmal hühner also das sind break day break break of day heißt da ist einmal hier so ein wetterhahn also der hahn der immer oben auf dem dach hockt das gleiche haben wir noch mal in grün und dann gibt es noch so ein mit größeren hähnen und hennen gibt es noch diesen hier kann man auch schöne sachen für den frühling oder für die küche nähen genau dann kennt ihr ja schon nehme ich euch mal mit rüber zu dem tisch hier was dazu bekommen zu der serie die wir eh schon hatten also wir haben ja dieses spring chicken das sind ja diese diese lustigen hühner von sweetwater haben wir die von moda und die werden langsam schon ziemlich leer also ihr näht schon kräftig für ostern deswegen habe ich gedacht bestelle ich noch mal ein bisschen mehr dazu da habe ich jetzt also diese ganz schmalen diese honey buns das sind keine jelly rolls nicht die breiten sondern die honey buns die sind eine halb 1,5 inch oder 3,8 sind das circa zentimeter auf die volle stoffbreite habt ihr diese 42 verschiedenen farben habt ihr die honey buns dann haben wir damit die ganze serie auch mal da ist haben wir fat aids das sind nachtel also praktisch wenn man es umrechnet in zentimeter sind es 22 x 55 cm jedes stück und das sind 38 verschiedene in diesem bundle und genau da könnt ihr die ganze serie haben und wir haben auch von dieser serie haben wir den layer cake also diese 10 inch quadrate mit den ganzen stoffen die so aus der serie dabei sind das sind 42 stücke und da habt ihr auch eine große auswahl mit den layer cakes kann man auch immer da ist hinten auch schon so eine schneideübersicht wie man die alle auseinander schneiden könnte und dann eben zusammenstellen könnte ist da hinten drauf so eine kleine übersicht genau das sind so die osterstoffe die wir bekommen haben nähen könnt ihr daraus natürlich zum beispiel unseren korb der ist im shop und am halloween korb weil er grundsätzlich gehen entworfen wurde genäht wurde für halloween für dieses trick or treat dass man eben da sammeln kann die süßigkeiten aber aus anderen stoffen ist es natürlich auch ein schöner frühlingskorb und den verstärken wir immer mit dem style fill also mit diesem schaumstoff vlies weil dann ist er er springt wieder zurück in seine form und klappt nicht so leicht um dann haben wir auch noch eine nähanleitung für dieses körbchen in zwei verschiedenen größen das ist die große größe also da kann man auch süße osterkörbchen nähen und hier haben wir die kleine größe also da könnte da gibt es die anleitung in der anleitung sind beide größen enthalten da könnte dann auch schöne osterkörbchen nähen dann haben wir auch eine anleitung für hühner also wer noch eko braucht kann sich hier schöne hühner nähen oder auch als kleines geschenk sind die immer goldig dann haben wir neue anleitungen wir haben seit oktober november glaube ich haben wir ein abo im shop und in diesem abo gibt es jeden monat einen block aus dem man kissen taschen oder einfach nur mit ganz vielen einen ganzen quilt nähen könnte also so ein patchwork block ist das und es gibt auch immer eine taschenanleitung dazu und deswegen entstehen bei uns im moment relativ viele modelle da ist zum beispiel aus dem dezember abo unser täschchen unser brillentäschchen entstanden und das haben wir hier auch als modell anleitung ist im shop im november abo gab es diesen dicken sammler also der dicke sammler ist zum sammeln für alles mögliche gut der hat einen runden boden man kann hier schön quillten kann man schön sich mal austoben bei dem ist auch das style feel drin also der springt auch wieder zurück in seine form das style feel gibt es auch noch aufbügelbar das heißt dann style feel fix und ja da könnt ihr euch entscheiden das aufbügelbare braucht man grundsätzlich jetzt bei dem style feel nicht unbedingt ich mache es immer gerne mit dem sprühkleber fest aber seit es das aufbügelbare gibt muss man sich halt entscheiden sprühkleber oder aufbügelbar da könnt ihr mal gucken was ihr braucht genau also der dicke sammler ist auch gut für ja körbchen für den tisch für die für die brote oder eben zum sammeln aller möglicher kleinigkeiten die sonst immer rumfliegen und kein zu hause haben ihr könnt auch zwei schlüsseltischchen nähen das sind auch die anleitungen im shop da findet ihr dieses schlüsseltäschchen oder dieses herz schlüsseltäschchen schaut einfach mal falls ihr noch kleine geschenken braucht sind die auch immer gut oder wir haben hier ein stiftemäppchen ein kleines mit reißverschluss könnt ihr dann auch die anleitung im shop könnt ihr dann entweder für brillen geht es natürlich auch man kann eine brille rein tun oder eben dass man sich stifte rein tut was schön ist was mir besonders gefällt ist das cathedral window kissen das ist auch als anleitung im shop das kann man wunderbar auch mit charm packs nähen die zeige ich euch nachher gleich noch diese kleinen teilchen die sind dann aus den charm packs zu nähen und dann braucht man eben einen hintergrundstoff möglichst dann einfarbig oder mit wenig muster das nicht auffällt so dass eben diese quadrate gut zur geltung kommen und das auge nicht durch den rückseitenstoff abgelenkt wird genau findet ihr auch als anleitung im shop oder zuletzt zeige ich euch noch den osterkranz da kann man jetzt entweder diesen auf den tisch legen und hier in die mitte eine kerze einstellen oder ihr könnten an die tür hängen also das ist auch immer ein sehr beliebtes modell und wird gerne genäht für frühling und ostern ich glaube dann sind wir hier erstmal durch und ich nehme euch mal mit rüber zu diesem hier da hat nämlich meine lieblingsdesignerin hat wieder stoffe rausgebracht edita sita hat cloud9 rausgebracht das ist diesmal eine serie mit ganz zarten mustern also wir haben hier eher mit so tobtönen so creme mit so einem tobton haben wir schriftpunkte herzen oder die kleinen vögelchen ist teilweise aus den alten serien wieder aufgelegt aber in anderen farben und sehr zart diesmal also auch schön für den frühling da kann man sich mal eine schöne zarte decke oder kissen nähen haben wir hier dann auch mit den rot tönen hier haben wir auch einen blauen mit dabei das hier unten ist mit so einem mintgrün diese zarten muster sind mit mintgrüner farbe gemacht und hier eben die cremefarbenen also für mich ist der schönste der mit den herzen und der mit dem mit der schrift den gibt es auch hier unten noch in creme den finde ich persönlich jetzt aus diesen 30 verschiedenen von der serie cloud9 den schönsten ich bin mal gespannt welcher euch am besten gefällt genau dann gehen wir mal hier rüber wir haben hier überbreite neue bekommen also rückseitenstoffe in 108 inch beziehungsweise 2 70 x 2 meter 70 breit und das reicht sehr schön für irgendwelche quills die ihr braucht da müsst ihr keine mittelnaht nähen also da haben wir hier auch eine auswahl von rückseitenstoffen wieder im shop und jetzt nehme ich euch mal mit hinter hier stehen auch noch breiten ihr kennt unsere basic serien da ist unter anderem der breiten mit dabei und der ist auch noch dazu gekommen oder wieder aufgefüllt ich glaube es sind acht neue farben dazu gekommen die werden jetzt die woche auch noch eingestellt und die anderen sachen sind schon drin im shop und ja da erweitert sich die serie breiten die ist sehr anpassungsfähig durch dieses hell dunkel immer passt sich das sehr gut an den stoff an und ja eine sehr schöne basic serie wie gesagt ich hatte auch charm packs bestellt von violet hill da haben wir eben diese kleinen quadrate sind ja immer die charm packs und da haben wir von violet hill und von ganz ganz vielen anderen die hier oben versammelt sind haben wir ganz ganz viele in verschiedenen mustern in verschiedenen farben also da ist glaube ich für jeden irgendwas dabei da könnt ihr durchschauen wir haben auch hier von diesem make time da haben wir auch meterware bekommen und das sind so stoffe mit scheren und nadeln also make time ist auch ein paar meterware stoffe gekommen also da könnt ihr auch ein paar halbe meter oder ganze meter oder was ihr auch braucht schöne näh körbe zum beispiel nähen da sind jetzt nicht nur die charm packs da genau und hier geht es nochmal um die ecke da haben wir noch mehr von diesen vielen schönen charm packs man kann zum beispiel auch ein krönchen kissen da ist auch die anleitung im shop könnte ein krönchen kissen nähen ein nadel kissen man kann es auch ganz groß erweitern und kann hundekorb oder katzenkorb draus nähen kommt halt dann immer darauf an in welchen dimensionen man dieses kissen erweitert genau das war heute mal so der überblick über den laden ich hoffe es hat euch gefallen und ich wünsche euch ein schönes wochenende bis zum nächsten mal tschüss bis zum nächsten mal tschüss du